Liebe Weltbildkundinnen und Kunden, das hier ist meine neue Weihnachtsbox. Sie enthalten zwei CDs und eine DVD. Einerseits auf der DVD das legendäre Konzert von Peters und Marc ist der Anfasstalt Torberg. Und dann auch das Weihnachtskonzert von Nina und mir im Zelt in Muzern. Auf den CDs findet ihr die schönsten Weihnachtslieder von Peters und Marc und die Lieblings-Wienachtslieder von mir und Nina. Die Box, kommen wir bei uns Licht anzünden, gibt es exklusiv nur bei Weltbild. Die Tage werden kürzer, die Nacht wird auch länger, es wird dunkel. Die Zeit, ab und zu mal eine Kerze oder eben ein Licht anzünden. Es wäre schön, wenn wir euch durch die Advents- und Weihnachtszeit mit unserer Musik begleiten durften. Ich sage, habt Sorge, bleibt gesund, euer Peter Leir. Ich sage, wir können ihn alle sehen, wenn sie aus dem Tag schnappen. Die Musik aufhkunst wird dann über sie auch. Untertitelung des ZDF, 2020